Die sehen aus wie so kleine Pometten. Hm. Kann echt nicht so irgendwo nachschmecken. Steht auch nicht drauf, wo nur was schmecken soll. Weil es schmeckt ganz witzig. Ach, Friedensblume sind nicht so viel wert, wie ich gedacht hätte. Ratte mal. Ja, okay, ich warte. Raten, raten. Wie viel ist eine gehört? Eine? Keine Ahnung, ein paar Silber? Naja, fünf Silber. Ich muss ja mal Licht anmachen. Jo. Mach mal. Ja. Und ich werde morgen noch bestellen, zum Friseur gehen. Da können die mir gar nichts. Jo, die findet immer was. Und wenn die einmal irgendwo in meinem Sack oder Hemd da irgendwas rummacht, dann bin ich weg. Und wenn sie dann noch verlangen, dass ich hier die Tür aufheile oder auf den Stuhl zurecht drücke, ne? Screw you. Wegen ihr bin ich menschenscheu, so sieht's doch aus. Ohne sie würde ich heute wahrscheinlich nicht mal WoW spielen. Und sei doch vor, dass sie dich dazu getrieben hat. Ach. Hält doch auf. WoW ist ein stupid time consuming game. Hm. Das ist... Das ist... Das ist totally true. Aber... Ja. Aber ist gewöhnlich. Ist auch so. Ohne WoW würden wir jetzt in irgendeiner Straßenecke hängen und sie Kante voll saufen, laufen lassen, whatever. Das wäre natürlich gut. Und so sitz ich hier, rede mit jemandem, den ich nicht sehe und das sehe irgendwas, wo ich nicht weiß, was ist. Und gucke auf den Monitor, wo etwas ist, was eigentlich nicht ist. Get to my love. Der is the dead dead. Wölsch! 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 Gesunder! Danke. Na, da mach ich irgendwas falsch. Na. Naja. Von so einem jungen Mann kann man ja nicht allzu viel erwarten. Muah. Wölsch! Wölsch! Oder aber, sie erinnern sich gar nicht daran, wie sie mich mal so böse angeguckt hat und mich menschenscheu liest, sondern, das ist aber ein netter junger Mann. Wer ist das denn? So, aber was farbene Pignende gibt's scheinbar nicht, also, gibt's hier vielleicht noch Aha, so läuft das, und ich hab das immer eingetragen, bin ich blöd, bin ich blöd. Meinst du manuell geschrieben, anstatt Umschalt links fliegt zu genutzt? Jupp. Weil ich nie, weil ich so schneller bin. Weil du schneller schreiben kannst? Mhm. Ja, du bist ja nicht ich. Ich find ich bin ein Bäscher. Na, das können wir doch nicht beim Schreiben gesehen sein. Ja. Wenn du mit der Tastatur so umgehst, wie mit deiner Maus, keine weiteren Fragen. Pusch auf. Wie ein Bäscher war der Grund, warum er die Lächentaste erfunden hat. Und ich mein, wenn du ein Wort wie Alabasterfarben eine Pigmente schreibst, dann lohnt sich schon. Möchtest du ja nicht komplett schreiben? Na. Ich hab's komplett geschrieben, weil er nichts gefunden hat, ne? Aus dem Grund, weil nichts drin war. Woher soll ich denn das wissen? Weißt du? In dem du Vertrauen in deine Fähigkeiten hast. Liebe, ich hab das eben nicht. Ich hab kein Vertrauen in meine Fähigkeiten. Du bist auch menschenscheu. Ja und? Ach, jetzt haben wir's gesagt. Jetzt haben wir's gesagt. So. Ich werd dir im Sonder beweisen, dass ich nicht menschenscheu bin. Ich geh da hin und sag dir ein, was ich von dir halte. Und dann das. Und das. Und das. Und das. Und so. Und so. Äh. Nino, wer ist denn der Mann? Was soll ich denn da noch sagen, wenn da so kleine Kinder ankommen und fragen, wer ich denn bin? So kleine Kinder eigentlich? Kann ich sagen, Onkel Scooby? Na, die Freundin von deiner Schwester und so? Ja, die kommen doch nicht alle zu uns. Na, das ist ich eben. Ich kenn doch mein Glück. In der Kirche noch. Oh, wo muss ich hin? Haha, jetzt wird geforscht. Jetzt mache ich geheimnisvolle Tarotkarten. Und da ist dann folgt der Pastor von der Kirche. Ich glaube, ihr habt auch alle schön gebetet. Zack, krieg ich nen grimmigen Blick von deiner Ohren. Hahaha. Ich weiß doch sofort, was da ist. Dann kann ich natürlich sagen, dass ich beim Gelöbnis auch noch gesagt hab, sie war mir Gott helfe. Ist deine Oma gläubig? Ne. Ach, fuck. Die Frau macht es einem nicht einfach. Muss ich hier lassen. Ich hab ein Quest für uns gebahnt. Was? Gebe ich dir gleich. Na, okay. Ich kann mal. Hä? Oh, eben hatte ich wohl Lagid gemacht. Weißt du, du kommst später? Okay. Die Schweine haben... Jetzt hab ich vier... Oder drei... Drei... Zwei... Aber... Nur einer. Das ist lange gelb. Ich brauch Kräuter zum kaputt machen. Ich hab keine Kräuter. Nur Flight auf dem Schammer. Hat sie nicht eben einfach mir nichts mehr gegeben, weil ich frei war? Das waren nur noch 20 Flitzel, oder wie das heißt. Ja, gib mir das. Ist jetzt in der Post. Ist ja bestimmt schon da. Ne, ist noch nicht da. Muss da sein. So. Ne. Ach, du bist schlimmer als deine Oma. Ich kaufe jetzt Jägertinte, ne? Ich will mir das jetzt nicht entgehen lassen. Bei einem Colorado-Ding sind auch so viele blöde Sachen dabei. Hm. Auch Jägertinte verkauft kein Mensch. Ich hol mir jetzt noch ein anderes Haribo. So. Jetzt ist es soweit. Ich muss sie mir irgendwann mal sagen. Aber ich kann ihm das dann nicht anziehen. Aber man hat es echt nicht einfach. So. 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 Ich hab' was besseres gefunden. Nämlich. Panna Cotta Eis. Och. Hm. Hm. Schau mal was zu trinken. Okay. Hm. 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 So. 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 Now Scooby weg. Das kriegt man ja nie wieder raus Herr Scooby, der wird ja auch immer fetter. Das glaubt ihr mir nicht. Der ist so fett, der hat 20 kg zugenommen in einer Woche. Oh, jetzt klingelt es. Der ist so fett, der hat 20 kg zugenommen in einer Woche. Der ist so fett, der hat 20 kg zugenommen in einer Woche. Da bin ich wieder. Ich lauf so planlos umher. Ha, Magnus Königs. Hab ich doch eben noch gesehen. So, da ist gewasslos. Jetzt habe ich nicht nur eine frische Wasser-Leoni-Mineralwasser. Nein, auch eine Stange Butterkekse. Falls nicht. Du wirst dick. Wenn das Zeug immer noch in dich reinschaufelt. Also, echt mal. Auf der Allianz kriegst du echt nichts im Auxianz. Das ist einfach mal krass. So, so kann das jetzt hier nicht weitergehen mit den Bergwarns. Das ist wahrscheinlich zu klamm. Ach, scheiße. Ach, jetzt. Ich habe den Bakuum-Butterkekse falsch rum aufgemacht. Ach, wie fix man das denn jetzt? Ach. Wo ist denn das Problem? Ist die dann auf der anderen Seite auf einmal offen oder was? Ne, ne. Also, das sind ja so Stangen, ne? Hm. Und so falsch rum. Und ich war nicht direkt auf dem Boden, sondern das so in der Hand. Ich habe das Ding rausgezogen und jetzt habe ich es hinterlassen. Hier fällt echt immer was runter. Ich habe den nächsten Mal daran erinnert. So, aber kein Problem. Das meiste Werk steht wieder. Hm. Ich schaue uns mal in eine Indie ein. Ich schaue uns mal in eine Indie ein. Auch wenn ich dieses Quest gerne gehabt hätte. So. Gott, mit dem neuen Maus-Pad ist so, wie als hätte ich eine neue Maus. Ich habe damals... ... ... ... ...